Grüßt mir den Vierer, recht schön! Kommt ihr überhaupt eine deutsche Urgroße an, dass ich Bämische Aria sehe? Jesus Maria! Da kommen ja die Juden von den Hakoa an und die trauen sich was. Sind schon die Katzen dabei? Mieder mit dem Weltjugendtum! Juden, fort nach Palästina! In diesem Stück über den jüdischen Sportverein Hakoa geht es um den Antisemitismus in Wien, der 30er Jahre, um Ausgrenzung und Exil. Das Begriff doch endlich hier, Sturm! Auch dein Hofrat hat nicht mehr viel zu sagen! Wir wollen heiraten! Heiraten? Aber doch nicht du in Wien! Wie hin soll ich gehen? Wer kennt von mir? Wie hin soll ich gehen? Hast verschlossen jeder Tier? Es ist die Welt groß genug, nur fahr mir ich eng und klein. Wie ein Blick muss zurück, nur zerstört jeder Brick. Wie hin soll ich gehen? Roman Grinberg hat lange gezögert, bevor er sich entschloss, seine Heimatstadt Belz noch einmal zu besuchen. Über 30 Jahre war er nicht hier gewesen. Die Bekannten von damals sind größtenteils verschwunden und manche Erinnerungen belasten ihn bis heute. Aber kann man sein Glück finden, indem man dem Schmerz ausweicht? Romans Vater hatte auf jüdischen Hochzeiten musiziert. Das war auch unter sowjetischen Verhältnissen gestattet. Ich habe eine einzige Erinnerung als Kind von einer Synagoge, aber ich weiß nicht, ob es hier war. Das war zu einem Feiertag. Ich weiß auch nicht zu welchem, aber einmal war ich mit meinem Vater in einer Synagoge in Belz. Die wachsende Feindseligkeit gegen Juden habe die Eltern, solange es ging, vor den Kindern verborgen. Roman und seine Brüder sollten eine glückliche Kindheit haben. Doch auf einmal wurde alles anders. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Aber diesmal nicht wegen Schularbeit, sondern... Wegen der Schularbeit war ich nie aufgeregt. Ich war ein guter Schüler. Wie immer in den Ferien arbeiten die Lehrer an der Renovierung der Schule. Da sieht man wieder typisch. Dobry Dien! Ich schaue mal, ob die Direktion noch am selben Platz ist. Strasst, Witte! Immer mehr jüdische Familien verließen die Sowjetunion, um in Israel oder den USA ihr Glück zu suchen. Eines Tages entschieden sich auch Romans Eltern, die Koffer zu packen. Damals hat mich die Lehrerin zur Tafel geholt. Ich habe mich dann hingestellt und sie hat auf mich gedeutet und hat den Kindern gesagt, vor euch steht ein Verräter. Und ich war so schockiert, weil Verräter, zehn Jahre alt. Ja, und dann hat sie erklärt, die Familie verlässt das Land und sie fahren nach Israel. Und dann wurde den Kindern aufgetragen, mit mir nicht mehr zu spielen und mit mir nicht mehr zu reden. Und die letzten Monate in der fünften Klasse war ich halt schon sehr, sehr einsam und allein, weil die Kinder haben sich streng daran gehalten. Stellvertretend für seine Eltern wurde das Kind bestraft. Genau auf dieser Wand war ich. Vier Jahre lang. Als Vorzugsschüler? Als Vorzugsschüler, der Beste des jeweiligen Jahrgangs. Das war einfach alles so furchtbar für mich. Jetzt kommt mein Foto darunter von dieser Ehrentafel und jetzt bin ich Verräter und ich habe nichts getan. Ich war immer ein braver Bub und ich habe immer gut gelernt. und es hat mir keiner erklärt, was hier passiert. Was passiert hier? Inzwischen ist es Roman Greenberg gelungen, die Verletzung zu verarbeiten. Mit Hilfe der Musik. Es ist vielleicht schwierig, nicht sagen zu können, wo die Heimat ist, aber es hat auch positive Aspekte. Ich fühle mich eigentlich überall zu Hause. Akadi Gendler wird oft um Rat gefragt, in nahezu allen Lebenslagen. Und für jeden hat er ein offenes Ohr. Was immer er tut, er ist ganz dabei, ob er singt oder sich mit Freunden unterhält. und er will heute mit mir treffen. Ich sehe mich als Sachmenschen, wo sie begegnen nach auf die Seminare, auf die verschiedenen jüdischen Festivals, auf die Konzerte. Und jeder einer will von nachher etwas lernen. Und als ich frage die Menschen, wo sie lernen, sie wissen es auf vielen nicht, sie fehlen eben. mehr kennen sich nicht zu teilen. Also du bist die Musik und du bin ich. 50 Jahre lang hat der musikalische Ingenieur heimlich jüdische Lieder aufgeschrieben. Aus dem Gedächtnis. Notenlesen hat er nie gelernt. Dazu braucht er bis heute Hilfe. Schmeißen. Ne. Schmeißen. Norba Moli bis 2. Freien sich es geht. Freien sich es geht. Lomir sich vergessen. Hatschei feinen. Sekundeczka. Hier. Lom, lom. Man darf nicht treuern. Man darf nur sich freien und ein bisschen trinken. Viele Bücher sind vernichtet worden. Aber Arkady Gendler hat unzählige Lieder im Kopf behalten und jetzt für uns, für die Nachwelt sozusagen, aufbewahrt. Es sind Kostbarkeiten. Mir waren 16 Jahre alt. Aber ich habe ich habe all diese Lieder von Selig Berditschewa selbst gehört, als ich 16 war. Berditschewa, der auch dieses Lied geschrieben hat, arbeitete als Schneider, so wie mein älterer Bruder. Die beiden waren befreundet. Alles, was ich nicht gleich aufgeschnappt habe, hat mir mein Bruder später beigebracht. Die jüdischen Lieder wurden von armen Leuten geschrieben, von Schneidern, Schustern und Tischlern. Sie beschreiben den Alltag in Städtel, die kleinen Freuden und die unzähligen Plagen. Doch die volkstümlichen Dichter mussten darauf achten, die Zensur nicht zu reizen. Deshalb werden Anspielungen auf Gewalt und Unterdrückung oft in fröhliche Geschichten verpackt. In der letzten Strophe steckt alles, was unser Leben ausmacht. Schmerz und Freuden gehen vorbei. Auch wenn unser Leben in Blut und Tränen getränkt ist, lasst uns Kartoffeln schälen und Teigtaschen machen. Lasst uns essen, trinken und lachen. Es ist gut, sich zu freuen. Pits, schmiazza, freien sich es gibt. Die Einzores kommen leiden und die Simches mit die Freuden eingeweigten Blut in Tränen, langer Gläsel haben wir Kärnen, auf dem Sacken schütt Kartoffeln und zittern. Die Toffels, wer die Toffels zerbrochen, soll Kartoffeln kochen. Kartoffeln schälen, knisches machen, weil wir essen, trinken, lachen. Hey, 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 freien sich es gibt, freien sich es gibt, lau mir sich vergessen, chatsche kein Minut. Ob dieses Lied Zuversicht verbreiten will oder ob es sich über Blindenoptimismus lustig macht, das eine wie das andere könnte man heraushören. zuversicht.